so dann starten wir mal den fight hulkbuster besiegen mit dr doom also dr doom halt gegen hulkbuster hulkbuster ja das ist nämlich einfach hier macht er nur torkeln im endeffekt oder parieren und torkeln und dann kann er seine unerwehrbarkeit also keine abwehr möglichen buffs nicht anwenden das kann nicht immer gut klappen weil je nachdem kann es auch dauern weil man da auch aufpassen muss nicht dass ihr da eine sk2 euch einbläuchst aber ansonsten ist das ganz einfach wie man sehen kann ich mache dann meine sk3 und mit meiner sk3 habe ich dann schon soweit alles bewirkt macht dann kurz kraftraub macht dann dementsprechend nochmal eine sk1 bin da nochmal mit einer sk1 sicherheitshalber um den buff auszulöschen falls ich nicht rankomme und ihn und er mich nicht anlässt und dann sk2 und nicht vergessen abonnieren liken und ja danke fürs zuschauen